Zwei Profiljournalisten, nämlich Robert Dreichler und Gernot Bauer, haben eine investigative Biografie über Herbert Kickl verfasst. Unter dem Titel Herbert Kickl und die Zerstörung Europas sind ihnen allerdings einige peinliche Fehler unterlaufen. Der FPÖ-Chef nützt diese Panne natürlich genüsslich aus und stellt die ganze Biografie in Frage. Beispielsweise sind die Namen der Großeltern und auch deren Beruf falsch. Behaupten wird auch, dass sich die Großeltern scheiden ließen, was nicht den Tatsachen entspricht. Herbert Kickl hat nur ein sechsminütiges Video verfasst, in dem er all diese Ungereimtheiten aufzieht und stellt natürlich das ganze Buch in Frage.